Gut, dann lasst uns auch direkt in den heutigen Newsletter rein starten. Und zwar beginnen wir mit ein paar Charts, um im Wesentlichen die Frage zu klären, wann tatsächlich die parabolische Phase starten könnte. Danach ein Update, gerade was eine potenzielle Zinskürzung angeht und wie es da momentan aussieht. Dann ein paar bullische News, das Zitat der Woche, das Meme der Woche, die wichtigsten Deadlines und wie immer gilt, alles in meinem Portfolio teile ich nur in meinem Newsletter. Falls sich der Part genauso wie der untere Part interessiert, dann einfach unten gratis eintragen, dann hast du darauf ebenfalls Zugriff. Gut, dann lasst uns auch direkt mit dem ersten Punkt starten. Und zwar, wenn du dir mal die historischen Zyklen anschaust, dann stellst du fest, dass meistens die größte Kursentwicklung beim Bitcoin-Preis innerhalb von drei Monaten passiert ist. Im ersten Zyklus war es beispielsweise so, dass du 70% der Profite innerhalb von zwei Monaten gemacht hast. Das heißt, wenn du nur die zwei Monate verpasst hast, dann hast du im Wesentlichen den Bullrun bei Bitcoin verpasst. Im zweiten Zyklus sah es ähnlich aus. Dort hat Bitcoin rund 75% seiner Kursentwicklung ebenfalls innerhalb von zwei Monaten gemacht. Innerhalb von den Monaten. Das heißt auch da, wer da zu gierig war, um irgendwie noch auf tiefere Preise zu spekulieren, der hat sich wahrscheinlich auch da massiv in den Gebissen. Im dritten Zyklus hat die parabolische Phase etwas länger gedauert. Dort steckt damals Bitcoin innerhalb von vier Monaten von ungefähr 20.000 auf 60.000. Und nach da galt, wer diese vier Monate hier verpasst hat, ja, das hat finanziell gesehen ziemlich weh getan. Was sind also da die Learnings? Erstens, es kann deutlich schneller gehen, als die meisten denken. Zweitens, dass man vorbereitet sein sollte, bevor die parabolische Phase dann tatsächlich losgeht. Und nach drittens, dass das Traden bei Krypto gerade in einem Bullrun super gefährlich ist, eben die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du tatsächlich hier die besten Monate verpasst. Jetzt kurzfristig betrachtet, also über einen Zeitrahmen von weniger als sechs Monaten, habe ich persönlich nach wie vor keine wirklich starke Meinung zum Preis. Allerdings mittelfristig betrachtet, das heißt das, was nach den nächsten sechs Monaten kommt, da bin ich nach wie vor sehr bullisch eingestellt. Und die Gründe dafür sind erstens die globale Liquidität, dass die aktuell hier auf einem Aufwärtstrend ist. Und es sollte nicht mehr so lange dauern, schon allein, wenn du dir hier die Zyklen anschaust, ja, bis wahrscheinlich die Gelddrucker wieder auf Hochtouren laufen. Und nach zyklisch betrachtet gab es bisher noch nie einen Zyklus, bei dem wir nicht mehrere Monate nach dem Harming-Gewinn eine massive Rallye gesehen haben. Das erkennst du auch beispielsweise hier in diesem Schaubild, wo in gelb dargestellt ist der allererste Zyklus, in rot der zweite Zyklus, im dritten Zyklus hier, oder beziehungsweise das in blau dargestellt, der vierte Zyklus hier in schwarz. Und hier, das siehst du hier, ja, nur relativ klein in grün dargestellt, der aktuelle Zyklus seit dem Harming-Gewinn. Und du siehst hier, was, ja, zumindest historisch betrachtet, bei allen anderen Zyklen bisher gekommen ist nach dem Harming-Gewinn. Also ja, eine ziemlich saftige Rallye. Und diese saftige Rallye ist das, was Raul Paul als die Banana Zone bezeichnet. Du siehst das Ganze auch hier nochmal in einem Bild dargestellt, mit dem ersten Zyklus, dem zweiten Zyklus, dem dritten Zyklus und dem aktuellen Zyklus. Und sollte dieses Muster sich wiederholen, dann, ja, sehen wir irgendwann demnächst tatsächlich eine massive Rallye. Ich persönlich betrachte daher jede Korrektur und auch jeden Crash, den wir dieses Jahr noch sehen könnten, als ein absolutes Geschenk, um einerseits nochmal nachzukaufen und auch gleichzeitig meine eigenen Hebepositionen nochmal entsprechend zu erhöhen. Da kommen wir jetzt auch schon zum zweiten Punkt. Und zwar bin ich persönlich auch sehr gespannt, wie sich die Märkte rund um die Zinswende entsprechend entwickeln werden, ob sich da tatsächlich die Vergangenheit wiederholt oder entsprechend nicht. Denn wenn wir uns mal derzeit beispielsweise die Inflationsdaten anschauen, da kamen erst die neuen Daten raus für April für die USA mit einer Headline-Inflation von 3,4%, was da so erwartet war, und einer Core-Inflation von 3,6%, was ebenfalls erwartet war, allerdings bei weitem höher als das Ziel von den, wie gesagt, 2%. Stand heute wird daher die erste Zinssenkung mit einer Wahrscheinlichkeit von 53% im September erwartet, das heißt noch vor den US-Wahlen und bis dahin bzw. bis Ende Oktober wird auch momentan vermutet, dass tatsächlich die Auszahlungen stattfinden könnten von Mark & Gox, was ebenfalls zu Verkaufsdruck führen könnte mit ungefähr 142.000 Bitcoins, die da entsprechend ausgeschüttet werden und um die 143.000 Bitcoin Cash, die ebenfalls in den Markt kommen. Aber ich persönlich, um ganz ehrlich zu sein, kann solche Deadlines mittlerweile einfach nicht mehr ernst nehmen, weil ganz ehrlich, wie oft haben wir in den letzten 2, 3, 4 Jahren gehört, dass jetzt tatsächlich demnächst die Marken Gox aus Zahlung kommen und was ist im Endeffekt passiert? Einfach gar nichts. Von daher denke ich, dass auch das nur einfach unnötige Angstmacherei ist und so weiter und im Endeffekt, ja, das Ganze wahrscheinlich erst verschoben wird. Da kommen wir jetzt noch zu ein paar Bullish News. Und zwar wurden weitere bedeutende Bitcoin-Investments durch die ganzen SEC-Anträge enttönt, darunter beispielsweise die Swiss Bank UBS, die Nummer 1 größte Bank der Schweiz, die in Bitcoin investiert hat, dann die Bank of Montreal, die viertgrößte Bank in Kanada, dann das State of Wisconsin Investment Board, der erste US-Pensionsvorherr, der in Bitcoin investiert hat, was definitiv ein, ja, also definitiv sehr unerwartet kam, sagen wir es mal so. Und inzwischen ist es auch so, dass die ganzen Zu- und Abflüsse bei den Bitcoin-Spot-ETFs immer mehr an Bedeutung verlieren, weil auch im Allgemeinen die Stimmung momentan ziemlich gedrückt ist. Das erkennst du auch beispielsweise hier im Suchvolumen, beispielsweise bei YouTube und auch Google, dass wir derzeit auf einem ähnlichen Niveau sind wie auch beispielsweise Mitte 2023, als wir eben diese langweilige Statewards-Phase gesehen haben. Aber historisch betrachtet sind solche langweiligen Phasen oftmals nur die Ruhe vor dem Sturm und es könnte tatsächlich die letzte Phase sein, die letzte Gelegenheit, sich nochmal ordentlich positionieren zu können, bevor dann tatsächlich die parabolische Phase startet. Da kommen wir jetzt zum Zitat der Woche von Ralph Emerson, der gesagt hat, Do the thing you fear and the death of fear is certain. Also auf Deutsch übersetzt, tu das, wovor du Angst hast und wenn du das tust, dann ist der Tod dieser Angst, der ist gewiss. Da kommen wir jetzt noch zum Meme der Woche. Und zwar ist Bitcoin wie angekündigt nach dem Harving zum Mond gegangen, aber vermutlich einfach nicht so, wie sich das die meisten vorgestellt haben. Und zwar damals beim Harving, bei Bitcoin-Preis noch bei um die 73.000 auf der Erde und dann hier runter zum Mond auf um die 63.000. Da kommen wir jetzt noch zu den wichtigsten Deadlines und zwar sind es mittlerweile noch sieben Tage bis zur potenziellen Zulassung von den Etherspot ETFs, sechs Monate bis zu den US-Wahn, fünf bis acht Monate, falls wir ein frühes Peak bei Bitcoin sehen und 15 bis 18 Monate, sofern wir tatsächlich einen ganz klassischen Vierjahreszyklus sehen. In meinem Newsletter teile ich zudem immer noch mein eigenes Portfolio, wie ich das aufgeteilt habe, aktuelle Gedanken und so weiter. Falls sich das ebenfalls interessiert, dann einfach und gratis eintragen, dann hast du auf den Teil ebenfalls Zugriff. Genau das gleiche geht auch hier für den letzten Teil, wo ich im Wesentlichen den Unterschied erkläre zwischen dem alten Rechthum und dem neuen Rechthum, was es für mich persönlich bedeutet und ja, einfach so ein bisschen zum Nachdenken anregen soll. Und hier noch ein kurzer Reminder zum Schluss und zwar kann es in der parabolischen Phase, wie wir es im heutigen Newsletter gesehen haben, kann es relativ schnell gehen und aktuell gerade in so einer langweiligen State-Werts-Phase könnte noch die letzte gute Möglichkeit sein, um tatsächlich eine Hebeposition aufzubauen. Wenn wir erstmal nachhaltig das letzte Outtime High durchbrochen haben, dann noch eine Hebeposition aufzubauen, ist meiner Sicht eher tricky. Und daher, falls du in der Tiefe einsteigen möchtest, du bist jederzeit herzlich willkommen bei uns in der Membership, wo wir auch unterschiedliche Strategien haben, um gerade solche Hebepositionen noch unter dem letzten Outtime High aufzubauen, die dann noch entsprechend hoch zu skalieren und dann einfach in der parabolischen Phase laufen zu lassen und irgendwann mal dann entsprechend auszucachen. Join Orbein by